Vorsicht, der kommt. Du musst außen rumfahren. Brutal, oder? Achtung! Noch ein Übernüber, ein Übernüber. Wahnsinn, das ist ein Spiel. Also, hier brauchst du schon nicht fahren. Wollen wir den mit seinen Reifen schon so... Der ist links rum. Durch den Tunnel durch, also geradeaus und dann links. Danke. 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 Vielen Dank.